Heute werden wir uns nicht nur anschauen, wie man Szenenübergänge in OBS Studio einstellen und hinzufügen kann, sondern woher wir auch richtig coole Logo-Szenenübergänge bekommen. In OBS Studio habt ihr die Möglichkeit, unten rechts neben dem Audio-Mixer hier eure Szenenübergänge auszuwählen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier die Szenenübergänge ausklappe, habe ich jetzt hier nur zwei Szenenübergänge gegeben. Es gibt aber noch weitere, die etwas versteckt sind. Wenn ihr hier auf das Plus draufklickt, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, irgendeinen Szenenübergang auszuwählen. Könnt dem Ganzen einen Namen geben, klickt auf OK. Und jetzt hier bei dem Punkt Bild habt ihr noch ganz viele weitere Szenenübergänge. Da können wir uns gerne mal ein Beispiel anschauen. Wenn ich jetzt hier als Beispiel einmal hier Sinus 9 nehmen würde, dann kann ich jetzt hier auf Übergangsvorschau draufklicken und sehe dann auch schon, wie jetzt hier dieser Übergang aussehen würde. Bei dem Punkt Weichheit habe ich die Möglichkeit, die Weichheit von dem Übergang zu gestalten. Das kann ich euch gerade mal kurz zeigen, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt auf 1 diesen Wert stelle, dann seht ihr auch schon, ist das Ganze nicht mehr allzu schön. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr das hier auf 0,03 lasst und damit fahrt ihr an sich eigentlich auch schon recht gut. Bei dem Punkt Umkehren sollte klar sein, habe ich die Möglichkeit, diesen Szenenübergang umzukehren. Das heißt, er würde dann so gesehen in die andere Richtung verlaufen. Genau und wenn ihr euch dann hier so ein bisschen mal durchgeschaut habt und für euch persönlich den besten Szenenübergang gefunden habt, dann könnt ihr jetzt hier auf OK klicken. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier einfach mal eure Szene zu wechseln, um zu schauen, wie euch das hier gefällt. Und wenn ihr dann nachträglich sagt, hey, das ist mir vielleicht ein bisschen zu langsam bzw. zu schnell, habt ihr noch immer die Möglichkeit, hier bei dem Punkt Dauer, entweder mit der Dauer nach unten zu gehen, um diesen Übergang etwas schneller zu gestalten. Oder ihr könnt auch sagen, dass sie hier etwas weiter nach oben geht, um den Übergang etwas langsamer zu gestalten. Ich persönlich fand den Wert von 300 Millisekunden eigentlich schon recht gut. Meiner Meinung nach würde ich vielleicht sogar auf 250 Millisekunden runtergehen. Und damit fahre ich eigentlich auch schon recht gut. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auch bei dem ein oder anderen Streamer gesehen, dass die so richtig coole Logo-Übergänge haben. Und diese kann man sich zum Beispiel auf der Seite Fiverr kostengünstig erstellen lassen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel, wie diese Person das hier erstellt hat, sowas als Szenenübergang bei euch hochladen und dann auch in OBS Studio benutzen. Ihr könnt eigentlich auch direkt bei dieser Person das Logo erstellen lassen, weil dafür braucht ihr auch meistens wirklich ein Logo, was animiert ist. Und wenn ihr so ein normales Logo habt, dann kann man da sicherlich auch einige Sachen machen. Trotzdessen wird das natürlich ein bisschen schwierig, wie zum Beispiel hier diese Äxte, die so bewegen zu lassen. Aber ihr könnt die Leute hier auch sehr, sehr gerne einmal anfragen. Ich werde euch die Seite mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Hier klickt ihr dann einfach auf den Gig einmal drauf und habt dann die Möglichkeit, rechts auf der Seite diese Person hier zu kontaktieren. Und da könnt ihr sie dann einfach nochmal fragen, was kostet das denn genau? Und vor allem, ob die Person auch so ein Logo erstellen kann, beziehungsweise etwas mit dem Logo anfangen kann, was ich aktuell schon zur Verfügung habe. Sonst findest du jetzt noch hier auf der Seite ein super spannendes Video, wo wir zusammen deine Audioqualität auf das nächste Level heben werden.